Rake und du bist Bonn-Sport-Fanboy, dass die Battles verbewerten wär mir neu An die anderen hört man ein Eure-Taxier, denkt man was ist das für ein Drecks-Turnier Du sagst, dass es hier geboten wird, ist fast perfekt, stimmt nicht, die Sache ist unfassbar wack Schon im Kindergarten blowt Rake und sein Vater einen auf dem Beifahrer sitzt Das ist der Grund, warum er heute beim Pfarrer sitzt Er hat keinen einzigen Freund auf der Welt, also hat er sich den YouTube-Channel erstellt Macht ein Battle-Köder, Leute mit Preisgeld, weil sonst keiner was von so einem Scheiß hält Oder wie erklärt du dir die Klickzahlen? Bei den Schwasten war ja klar, dass sie nur so 200 gekriegt haben Marschiere ein wie die Brüsten auf der Halbinsel Krim Kapituliert lieber alle, da ich ganz klar gewinn Kapituliert lieber alle, da ich ganz klar gewinn Kapituliert lieber alle, da ich ganz klar gewinn